Mein Arbeitsbereich wird ausgezeichnet durch eine große Bandbreite, das heißt zum einen operatives Tagesgeschäft und zum anderen individuell immer wieder neu herausfordernde Aufgaben. Zu meinen täglichen Aufgaben gehören alle anfallenden Arbeiten im Rahmen des Pfeifferholz CLT-Projektes. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich täglich mit Wechsel an Aufgaben konfrontiert werde und der Neubau eines Werkes für mich persönlich eine große Herausforderung darstellt. Pfeifferholz ist für mich ein innovatives Unternehmen, das vorangeht und immer mit der modernsten Technik arbeitet. Um in meinem Beruf erfolgreich zu sein, benötige ich neben dem technischen Verständnis die Fähigkeiten, ein Team zu führen und Projekte in die richtige Richtung zu treiben. Besonderen Spaß bereitet mir die Arbeit im Team sowie die hochmodernen Maschinen.